Was ist morgen? Morgen ist ein neuer Tag. Morgen ist der erste Schritt zu einer besseren Welt. Morgen ist die Technologie, die es uns ermöglicht, diese bessere Welt zu gestalten. Eine Welt, in der unsere Anlagen Dinge möglich machen, die gestern noch unvorstellbar schienen. Wo unsere Maschinen die Leistungsfähigkeit von Materialien verbessern. Und so die Grundlagen für nachhaltige Energie liefern. Eine Welt, für die wir Prozesslösungen für besondere Anforderungen entwickeln. Von der ersten Planung bis hin zur fertigen Anlage. So sichern wir mit unseren Technologien unter anderem eine nachhaltige Ernährung für zukünftige Generationen. Der Wunsch nach einem besseren Morgen treibt uns voran. Daran arbeiten wir. Mit Erfahrung und Verlässlichkeit. Innovation und Kreativität. Präzision und Qualität. Effizienz und Kundenorientierung. Und mit einem Team aus engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zusammen Rosokawa Alpine ausmachen. Seit 125 Jahren gestalten wir die Welt von morgen. Dafür leben wir unsere Werte. Und dafür entwickeln wir Process Technologies for Tomorrow. Prozess Technologies for Tomorrow. Verlässlichkeit. 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 Verlässlichkeit.